Mein Name ist Matthias Stein. Meine Partei ist die SPD. Ich möchte etwas gegen den Klimawandel. Darum müssen wir beim Straßenverkehr etwas ändern. Autos und Busse sollen in Zukunft elektrisch fahren. Weniger Menschen sollen Autofahren. Denn Fahrradfahren ist gut für das Klima. Mehr Menschen sollen Bus und Bahn fahren. Dafür brauchen wir mehr Busse und Bahnen. Die Fahrkarten müssen günstiger werden. Außerdem brauchen wir im Straßenverkehr mehr Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger. Darum soll der Verkehr ruhiger werden. In Städten soll Tempo 30 gelten. Ich setze mich dafür ein, dass Menschen gut miteinander leben können. Dass man mehr Respekt in der Gesellschaft hat. Jeder Mensch verdient Respekt. Niemand soll schlecht behandelt werden. Menschen mit und ohne Behinderung sollen gut zusammenleben. Jeder soll selbstbestimmt leben können. Darum muss es mehr Barrierefreiheit geben. Es muss mehr barrierefreie Wohnungen geben und mehr barrierefreie Freizeit. Corona hat unseren Alltag verändert. Digitale Angebote im Internet sind sehr wichtig geworden. Aber nicht jeder Mensch konnte diese Angebote nutzen. Menschen mit Behinderung wurden oft ausgeschlossen. Das muss sich ändern. Wir brauchen mehr Barrierefreiheit im Internet. Ich möchte dafür sorgen, dass Kiel schöner wird. In Kiel soll es eine neue Stadtbahn geben. Es soll eine neue Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal geben, die mehr Fußgänger und Radfahrer mitnehmen kann. In der Kieler Innenstadt gibt es viele Geschäfte. Das soll auch so bleiben. Corona hat den Geschäften viele Probleme bereitet. Viele Menschen haben Internet bestellt. Darum brauchen die Geschäfte und zu unterstützen. Außerdem brauchen wir in Kiel moderne Schulen. Dafür braucht die Stadt mehr Geld. Die Bundesregierung soll dieses Geld geben. Ich möchte mich für Sie einsetzen. Ihre Themen sind mir wichtig. Ich bin oft mit meinem roten Lastenfahrrad in Kiel in Altenholz in den Kurzhagen unterwegs. Wenn Sie mich sehen, sprechen Sie mich an. Ich freue mich drauf.